hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie ihr schon erkennen könnt heute machen wir mal dachse fährt ich spiele jetzt ungefähr eine stunde und ich habe schon 2676 scheiße kohle gemacht jetzt so wird ja und ja das ist relativ cool weil sollte mal was anders ist und ja ach du heilige karantäne die scheiße auf jeden fall ist richtig geile shop aber wenn man aber wenn man die motto hat man konnte es einfach klauen und man kann damit arbeiten machen und man verdient damit richtig richtig viel kohle das ist halt irgendwie sogar der schnellste weg in gt eigentlich kohle zu machen ohne sterben zu kriegen und ohne illegal eigentlich ja gut du musst halt über rot fahren weil sind steigen einfach die vorgeste aus weil es ihnen die vor zu lange dauert aber zum beispiel ist richtig interessant weil ihr bei erst vor kurzem gta spielen anfangen na gut vor kurzem schon seit ich spiele schon seit ein jahr seit zwei jahren aber ich habe die ps4 erst seit 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 märz und eigentlich spiele ich dort weiterzeile gleich weiter drauf aber manche spielen halt auch gta weil ihr das relativ feiert und ja und ja bitte lebt sie nicht zu übel bin ein bissel krank und ja und ja und ihrer beziehung ja heute habe ich sie gefragt aber jetzt eine beziehung bin stolz auf mich und ja und ja schreibt mir die gruppe nach wer ob sie schon volksschule geht oder berufsschule oder keine hauptschule 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 ja und die war es normalerweise darf ich kein youtube machen aber ich habe die genehmigung von waldwappen gekriegt also darf ich will das machen aber ich konnte leider nicht live streamen sonst kann ich eigentlich schon lange live streamen aber das problem ist einfach leider ähm es kostet 44 euro im monat und das ist mir gedacht nur zu teuer weil ich geklärt 20 euro das schon geld und das wird mir irgendwie zu teuer und ja und man muss das auch ein gottes jahr machen weil abbrechen kommen wir das eben nicht und eben wenn die leiste eben nicht gefeiert werden hast du sozusagen das um sind gekauft aber wenn ich erwachsen bin natürlich auf jeden fall bei leistungen leute was ihr sagen wollt ich will einfach nicht richtig berühmt werden sondern sondern so richtig reinhauen versuche sondern ich mache youtube weil es mir spaß macht spielen ist sozusagen mein zweites hobby mein erstes hobby ist zum beispiel schreiben weil ich gern schreibe aber das fortes hobby soll spielen hi mama ich bin schon fertig ich habe in der matten aufgeräupt und die personen beschreiben aber ich habe mir gesagt es machen wollen weil es sich heute leicht ausgegangen ich habe mir gesagt es ist doch locker ja ich sage gleich weil es sich locker ausgegangen hat ich habe es kapiert ich habe es kapiert okay aber Ja, ich bau gerade ein paar Unfälle, ich will das Taxi so nicht mehr haben, ich will das wegschmeißen. Ich rufe nur ein Taxi und das soll man kommen. Ja, bitte. Wow, so genau das Ding, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe 4 Kilometer von 235 Dollar gemacht, also Leute, das lohnt sich. Ja, und ich spiele gerade Mike, äh, Freundlin. Mike finde ich feiere ihn nicht mehr so, weil Freundlin einfach viel mehr muss spielen hat. Ähm, so, ruhe mal ein Taxi. Of course, driver should be with you soon. Ja, und letztes Mal habe ich ja den lieben Pablo gebrankt, das war ja richtig, richtig lustig. Schau, du lachst sogar für den Enkel und sag ein bisschen. Wusstest du ein bisschen lachen, gell? Ja, brauchst du dich verstecken. Ähm, da fahrt man jetzt mal aufs Taxi, dort ist er ja schon. Dann klammer wir das mal, dann habe ich auch fehlend. Grüß Gott, der Herr, bitte einmal aufsteigen, weil das Taxi gehört jetzt mir. Danke. Wie lustig. Oh, ja, 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 ja. Was geht der Herr? Bist du? Du bist ja voller Schieche. Sorry, ich muss da ein bisschen grobisch reden, weil es, das Videos, die Videos sollen ich ja ein bisschen euch auffuntern, ne, das muss ich da ein bisschen, ne, das sind. Ja, das ist ja richtig schief, das ist ja ganz wie bei der Tante. Kennt ihr alle von Schuglin die Tante? Die ist ja mega schief eigentlich, gell? Ja, du bist richtig schief. Ja, du bist richtig schief, du Glatzkopf. Ich weiß, ich habe auch den Glatz, aber ich habe noch Haare oben. Wiederschauen. Schauen wir sogar, sieben Dollar bringt Geld. Vielen Dank für nichts. Ja, ich habe noch sehr kleine Härchen oben. Ich habe euch jetzt gezeigt, bevor ihr in die Kommentare steht, du hast gar keine Rolle. Warum mache ich ein Video über Diabetes? Ich hoffe, ihr euch so liken vielleicht. Und soll ich eigentlich, ich glaube, ich mache so jetzt einmal ein Gewinnspiel. Wie geht es, Gott? Sie schaut gleich schief aus wie meine Tante. Sie schaut, sie schaut ein bisschen als wie Momo. Momo ist zum Ballen gehangen. Du bist mal ein bisschen unheimlich. Ich mag die nicht. In meiner Schule sind jetzt schon vier Klassen an Corona gegangen. Die ist meine Schule, weil beide mal zuspannen. Ja. Und meine Mama, ja. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Und wenn sie nicht zu machen macht, wenn sie nicht zu machen macht. Und ja, auf jeden Fall, ja. Also meine neue Freundin, mit der ich jetzt eine Beziehung führe, das muss ich nur sagen, dass sie einen YouTube-Kanal hat, ob sie mich abonniert. Ich habe mich noch vollkommen vergessen. Weil sie ist Klassensprecherin. Und ich bin Klassensprecher-Stellvertreter. Da ist so fast, dass alle voll gut sind, wenn wir Beziehungen haben und einfach zusammenarbeiten. Sind die ein bisschen zu nah? Die... Wie ist denn da, der Herr? Also, das sind die Momo, gell? Wollt ihr jetzt in den Laden überfallen, Momo? Momo? Ich will von dir noch was wissen. Kriegst du ein Autogramm, Momo? Ich habe gehört, dass sie ein Serienmörder sind. Momo, kriege ich von Ihnen ein Autogramm? Momo, bitte. Momo, bitte kriege ich jetzt von Ihnen ein Autogramm. Schaut mal, schaut einfach mal. Schaut mal. Also, wenn die nicht ausschaut wie Momo. Schau mal her. Du schaust jetzt her zu mir. Ich habe jetzt nichts getan. Ich habe sie gleich um Rampel lassen, endlich. Ich habe sie gleich. Ich habe sie gleich. Mann, das sind solche Wichser. Der ist schon so ein Wichser, weil er die Kopf herangehoffen hat. Mann, jetzt haben sie mich auch noch zu ehren. Ich muss schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Komm, Franklin. Geh nicht umsonst jeden Tag. Trainier mit dir, oder? Oh mein Gott. Ein Stern und die sind schon zu fünft oder so. Hey, help me, please. Ich komme zu suchen nach mir. Ah, Hilfe. Die sind sehr nah hinter mir. Sehr, sehr nah. Sie haben mich. Hey, wie haben Sie mich gesehen? Sie haben mich doch nicht. Ja, die Kopf sind erfolgreich abgehängt und ich bin sehr, sehr weit weg von meinem Taxi. Leute, das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Flankt auf jeden Fall. Ach, Gott, du mir jetzt einfach nur 3.995 Dollar. Danke für deine Lapparten und ciao.